so also genossen ab geht es rein hier in den totalitären staat kontrabant polize alter kannst du dir nicht ausdenken kannst du dir nicht ausdenken letztes mal waren wir hier schon drin oder haben die ersten dudes kontrolliert hops genommen und schön unser vater und mutter land schwester und bruder land verteidigt und jetzt geht es weiter jetzt geht es weiter das ist wichtig absolute kontrolle an den grenzen so sieht das aus devillus alter banger moinsen einen wunderschönen guten tron allen wo ist die kontrolle ich bin komplett außer kontrolle komplett außer kontrolle jawohl jawohl kein problem also wir wer fängt ja jawohl genosse also äh genosse sprich für sprechfunkgerät hat gesagt wir müssen die gefangenen weg transportieren alter wir hatten ja schon drogen schmuggler und die haben wir natürlich direkt eingeknackt der rest kommt einfach nicht rein das wird wieder ein harter tag ich sage dir das wird hart wir sind grenzbeamte haben hier unseren grenzposten haben hier unsere also wir sind der der oberste grenzbeamte hier von diesem außenposten haben hier unsere dudes die einfach lazy irgendwelche boxen hin und her kicken die schlavenzeln hier so rum aber wir haben eben auch schon die ersten eingeknackten beim letzten mal hier ist das lager da müssen wir gleich mal gucken was wir da noch weg bringen können was macht ihr hier die kommen auch gleich erstmal schön die werden schon abtransportiert die müssen weg zuerst kümmern wir uns um die bösen jungs geh in die arrestzelle und bringe alle gefangenen zum polizeifahrzeug ja hier das ist doch das ist doch krimineller schmuggler alles schmuggler ich sehe es euch schon an hier aufstehen polizeiauto weg ist er du auch komm jawoll jawoll so ha 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 abfahrt jetzt geht das los so wir haben die drogen dabei wir haben die geschmuggelten waffen dabei wir haben die äh äh wir haben die gefangenen dabei 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 ab geht es hier findest du dein polizeiauto sprich mit einem mechaniker um dein gewähltes fahrzeug vorzubereiten oder zu reparieren vorzubereiten vorzubereiten du sagst aber bist du wie wer mit Basically ein so Oh, hier ist eine Axt, aber ich habe noch eine, Feuerwehr-Axt. Setz dich als Fahrzeug, ja, ich bin bereit. Genosse, guck mal, hier sind die Kandidatskühe, perfekt. Aufpassen, Bürschchen. So, dann gehen wir mal los hier. Ich war gerade im Auto. Habt ihr das gesehen? Und zwar unten rechts in der Ecke. Guck mal, da ist so ein Knien zum Schießen Zeichen, Alter. Sag bloß, ich muss hier rumballern oder was? Was ist das denn? Sag, wir haben fünf Päckchen Kokain. Ja, genau, vier Päckchen Kokain. Was? Drei Päckchen Kokain haben wir? Ja, ja. Was? Wir hätten gern Kokain? Was? Wo ist das Kokain? Äh, erst Halt. Was? Erster Halt, Arbeitslager. Dort lässt du die Gefangenen. Äh, Ziel findest du auf der Karte. Drücke Tab für die Karte. Okay. Äh, Karte. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Ach, wir sind hier oben. Hier ist die Polizeistation. Hier müssen wir irgendwie, hier müssen wir auch noch hin. Wir müssen, wir müssen hier unten erstmal hin zum Arbeitslager. Das ist ja schon mal wack. Wir müssen die Leute ins Arbeitslager. Alter, hier gibt es einen Friedhof. Arbeitslager bringen. Ratzwerkzeuge. Da müssen wir wahrscheinlich dran vorbei danach. Und danach fahren wir hoch zur Polizia Stationa. Svenilein, grüß dich. Sägewerk. Gasthaus zum betrunkenen Bären. Friedhof kommt erst nach dem Arbeitslager. Das kann sein. Vielleicht bei der nächsten Tour, ne? Dann laden wir wieder die Altware ein und die Frischware aus. Und die bringen wir dann... Okay, ich brenne jetzt einfach hier direkt runter. Also... So, haben wir Benzin, haben wir, alles klar. Wir haben Musik, ab geht es. Das fühlt sich ja wieder an. Was haben wir hier? Motel Karat. Motel Karat. Was hat der? Transportiert er Toiletten oder was? Der transportiert Toiletten auf dem halb aufgeschnittenen... Ach du Scheiße. Nimm eine Axt aus dem Kofferraum. Wir werden doch gleich... Wir werden doch überfallen. Das ist doch gescriptet. Das ist doch gescriptet. Aber mein Junge, hast du deinen Scheißhaus da hinten auch richtig gesichert oder was? Ladungssicherung? Ich sehe überhaupt keine Bändchen hier. Das musste mal so schön mit Spanngurten. Alter. So. Ab geht es. Gut gemacht. Ja, Jungs, bleib mal locker hier, ey. Ja, so. Auf jeden, ey. Licht an. Sirene an. Alarm. Auf geht es. Platz da. Heiß und fettig. Ist so. So, mach mal Platz hier. Die Mann, der hat wirklich Platz gemacht. So, Vorsicht bitte. Danke. Weg da. Dankeschön. Auf geht es. Auf geht es. So! Halt! Gnose Lagerleiter Malanov! Was? Ah! Produktion, was, 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 was will er? Ah! Überführe alle Gefangenen! Zwei Stück haben wir also 200 Dollar für gekriegt! Buch als nächstes, lass laden, Werkzeuge zu kaufen! Keine Werkzeuge, keine Schmuggelwaren! Denk da dran, keine Werkzeuge, keine Schmuggelwaren! Die Frage ist, was brauchen wir für Werkzeuge? 100 Dollar pro Person, ja! Ich nehm sie einfach alle fest! Ich nehm einfach jeden fest! Und verkauf die alle ins Arbeitslager, ey! Gut ist? Hahaha! Ist auch easy, ey! Wir kriegen im schlimmsten Fall, kriegen wir 80! Wir kriegen 80 Dollar, wenn wir, ah warte mal, muss ich hier rein? Sägewerk! Oh wait! Ne, ich bin da unten! Ja, ich muss, ne, die nächste muss ich rein! Die, 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 die! Ist so, die bleiben mitten auf der Straße, bleiben die stehen einfach! Die fahren auch einfach drüber! Und denken, hier geht es weiter, aber landen dann nicht auf irgendeinem Parkplatz, ey! Ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet, ey. Hauptsache das inländische Schunkelradio hören, ey. Dann ist schon wieder alles gut, ey. Die, 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 die. So, mit Vollgas über die Felderbrettern hier. Wait, 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 wait. Was, soll ich hier reinfahren oder was? Ich passe hier aber überhaupt nicht rein, ey. Wie soll ich denn hier aussteigen können? Trollolol. Oh, ja, geht vielleicht. So. Wie kommen wir denn da rein, ey? Fuck, wie komme ich denn da rein? Was ist das für ein Laden hier? Wahrscheinlich war das überhaupt keine gute Idee, hier zu parken, ey. Ei, 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 ei. Tausche Drogen gegen Werkzeuge. Tscheech. Moinsen, Alter. Was? Was geht hier ab? Moinsen, Alter. Alter. Miniumnianu, ey. Waffen, Munition. Natürlich komme ich besser klar, Alter. Ich nehme einfach alles, was du hast. Der Staat bezahlt, Alter. Und da hinten hier, die illegalen Drogen nehme ich auch noch direkt mit, ey. Uff, was habe ich alles hart? Was brauche ich denn? Brauche ich überhaupt irgendwas? Brauche ich denn was? Was soll ich denn kaufen? Kostet 100. Okay, habe ich direkt bezahlt. Der letzte Halt. Okay, das war es schon. Rind ihr Haut, Alter. So. So. Äh. Äh. Ha, ha, ha. So. Polizeistation. Perfekt. Ha, ha, ha. Was auch Panikfäh. So. Moin, sehr geehrte Kollegen. Übergebt eben die Schmuggelware. Ah. Perfekt, Alter. Hör mal, Algen. Ey. Ich habe Schmuggelware, Algen. Das ist aber wenig. Jawohl, mache ich. Das war es schon. Jetzt geht es wieder zurück. Also raus auf die Straße, rechts rum und immer geradeaus. Perfekt. Ach, scheiße, vielleicht fahren wir anders rum, ne? Ich packe da lieber rückwärts wieder ein. Oh, passt, Alter. Oh, passt, Alter. Ich hätte fast den Kollegen umgefahren. Oh, passt, Alter. Hopp. Sehr guter. Der hat auch nichts zu veranstanden. Passt. Ab geht es. Ich glaube, der Tag ist erledigt, ne? Ab ins Bett. Heute gut gemacht. So, da hatten wir heute überhaupt nichts mit der Grenzkontrolle zu tun, sondern nur Leute abfettigen und wegbringen. Neue Post gibt es auch nicht. Also, ab in unser Eigenheim hier. Home, sweet home. Kippen, Kaffee und eine Pritsche halten. Apropos Kaffee. Spaten, Kaffee. Ab. Und devolch sehen wir heute.